Hallo und herzlich willkommen. Schon beim ersten Unboxing des neuen Fritz Repeater 1200 AX ist eine interessante Frage von Coral Snake eingegangen. Würdest Du eher den Repeater 2400 oder den 1200 AX nehmen? Und Fred postet dazu, vom Datenblatt ausgehend würde ich den 1200 AX nehmen. Inzwischen habe ich beide Repeater mit Firmware Fritz OS 0729 getestet und kann die Frage auf Basis von echten Messergebnissen beantworten. Zuvor ein kurzer Blick auf die Tech-Specs. Erster gelber Pfeil. Der brandneue Fritz Repeater 1200 AX, links außen, funkt schon die modernste WLAN-Norm 11 AX alias Wi-Fi 6. Der gut zwei Jahre alte Fritz Repeater 2400 funkt nur maximal 11 AC plus N alias Wi-Fi 5. Und jetzt zum zweiten gelben Pfeil. Auf dem Papier funkt der neue 1200 AX im schnellsten Band schon 2400 Megabit aus zwei Antennen. Der ältere AVM 2400 funkt im 5 GHz Band nur 1733 Megabit, allerdings aus vier Antennen. Wir werden gleich messen, was mehr Speed und was mehr Reichweite bringt. Beide Repeater stecken direkt in der 230-Volt-Dose. Der neue 1200 AX ist kaum größer als eine Schuko-Dose. Der alte 2400 ist fast doppelt so lang wie der neue 1200 AX. Bei den restlichen Daten und Fakten sind die beiden fast identisch. Bei der Software ebenso fast identisch. Sogar beim Preis liegen die beiden Funke dicht beisammen. Der neue Wi-Fi 6 Repeater 1200 AX vom Dezember 2021 kostet im Schnitt circa 5 Euro mehr als der bewährte Wi-Fi 5 Repeater AVM 2400 vom September 2019. Der 1200 AX schwankt etwa zwischen 80 und 90 Euro. Der AVM Fritz Repeater 2400 pendelt zwischen 75 und 85 Euro. Spricht eigentlich fast alles für den Neuen. Doch was sagen die Messergebnisse? Hier unsere bewährte Messumgebung. Jeder Testlink, so auch der AVM Repeater 1200 AX, wird vorsätzlich an der funktechnisch ungünstigsten Stelle der Wohnung aufgestellt, im Dachgeschoss an Messpunkt 1. Dann wandern wir mit einem Wi-Fi 6 Laptop durch fünf zunehmend schwierige Zimmer und messen, wie viel Speed in den hinteren Zimmern bis Messpunkt 5 noch ankommt. Der verwendete Laptop funkt brutto maximal 2400 Mbps, sofern er einen Funkpartner findet, der sich mit 160 MHz Kanalbandbreite verbindet. Der neue Fritz Repeater 1200 AX kann das alles schon. Der Laptop funkt aus zwei Antennen, das sieht man unter anderem an den zwei Antennen-Buchsen auf dem Intel Funk-Modul, das wir selber eingebaut haben. Der Einbau ist einfach, dazu gibt es auch ein extra Video. Der Wi-Fi 6 Laptop und der Wi-Fi 6 Repeater passen also bestens zusammen. Und jetzt die Ergebnisse der Messwanderung. Auf kurze Distanz, in Zimmer 1, holt der Laptop knapp 950 Mbps netto aus dem Repeater herunter. Das ist der Download, der dunkelrote Balken. Ganz links. In den weiteren Zimmern fällt der Durchsatz aber sehr schnell herunter. Das heißt, das Gespann aus Wi-Fi 6 Laptop und 1200 AX funkt zwar schnell, aber nur auf kurze Distanz. Hier sieht man zusätzlich alle Messwerte in Megabit in der unteren Tabelle. Dafür musste ich die Messbalken im oberen Teil des Bildes etwas schrumpfen. Wie man an den Zahlen sieht, brechen die Downloads im 5 GHz Band in Zimmer 4 und 5 sogar voll auf 0 herunter. Das heißt, in meiner Testwohnung reißen die Datenströme hinten komplett ab. Im 2,4 GHz Band schlägt sich das Gespann nach hinten raus etwas besser. Dafür kommt bei 2,4 GHz in den vorderen Zimmern viel weniger Speed als im 5 GHz Band. Um die Leistung auf eine einzige Ziffer zu kondensieren, sieht man rechts unten den Durchschnitt aller Messungen. Nämlich 162,55 Megabit. Jetzt nehmen wir den neuen 1200 AX weg und setzen den älteren Fritz Repeater 2400 auf den Messplatz 1. Damit verläuft die Kurve flacher. Das heißt, weniger Speed vorne, aber etwas mehr Reichweite nach hinten raus, bis Zimmer 5. Auch in den hinteren Zimmern reißt der Datenstrom zwischen Laptop und Repeater mit dem älteren AVM 2400 an keiner Stelle komplett ab. Trotzdem liegt der Mittelwert über alle Messungen hinweg etwas tiefer, nämlich bei 135,20 Megabit. Hier nochmal beide Repeater im Vergleich. Links der 1200 AX mit 162 Megabit, rechts der AVM 2500 mit einem Gesamtschnitt von 135 Megabit. Die Frage ist nun, welche Rate-over-Range-Kurve ist euch lieber? Braucht ihr den Speed nur in den vorderen Zimmern? Auf kurzer Distanz? Ganz in der Nähe des Repeaters? Dann macht der 1200 AX die bessere Figur. Wollt ihr jedoch mit einem einzigen Repeater alle fünf Zimmer versorgen, dann kann der AVM 2400 das offenbar etwas besser. Spielt Geld und Strom überhaupt keine Rolle? Dann baut ihr vielleicht zwei Repeater 1200 AX auf, etwa in Zimmer 2 und Zimmer 4. Dann habt ihr guten Speed und gute Flächenversorgung. Es gibt also kein pauschales Besser oder Schlechter. Es kommt darauf an, wo ihr den Speed benötigt. Die nächsten Messrundgänge machen wir mit einem weit verbreiteten Wifi-6-Handy. Genau gesagt, mit einem Samsung Galaxy aus der 10er Reihe. Die sind ja WLAN-technisch alle ziemlich identisch. Die funken alle schon Wifi-6, aber nicht mit 2400 Megabit wie unser Laptop, sondern nur halb so schnell, nämlich bis 1200 Megabit. Auch die Kanal-Bandbreite geht nicht bis 160 MHz wie beim Laptop, sondern bis maximal 80 MHz. Links oben seht ihr die zwei Messkurven für den Repeater 1200 AX im 2,4 GHz Band. Einmal von Zimmer 1 bis Zimmer 5, daher abfallend. Dann wieder zurück von Zimmer 5 bis Zimmer 1, daher ansteigend. Rechts oben die beiden Kurven für das 5 GHz Band. Bei Interesse an den einzelnen Messwerten am besten kurz das Video anhalten. Ansonsten kommen die wichtigsten Zahlen sowieso gleich noch mal größer. Zuvor aber hier noch die Messkurven zwischen dem Handy und dem Fritz Repeater 2400. Ziehen wir nun die wichtigsten Netto-Durchsatz-Werte aus beiden Repeatern in den hellblauen Bereich heraus, dann sieht man das verblüffende Ergebnis. Unser Samsung-Wifi-6-Handy mit 80 MHz Kanal-Bandbreite holt aus dem älteren 2400 mit 154 Megabit einen höheren Gesamtschnitt heraus als aus dem brandneuen AVM-Repeater 1200 AX mit 118 Megabit pro Sekunde. Jetzt haben wir schon zwei Erkenntnisse. Der neue AVM-1200 AX ist, in unserer konkreten Test-Umgebung, nur auf kurze Distanz, ganz klar überlegen. Und auch nur, wenn er ein 160 MHz fähiges Endgerät wie etwa einen Laptop mit Intel AX 200 Funkmodul als Funkpartner hat. Sind meine WLAN-Messergebnisse auf andere Gebäude übertragbar? Wie immer gilt, nur sehr bedingt und mit großer Vorsicht. Das war's in aller Kürze. Es gibt noch drei weitere Videos, nur zum AVM-1200 AX, noch ohne Vergleich zum 2400. Zum FRITZ! Repeater 6000, dem ersten, stärksten und teuersten Wifi-6-Repeater von AVM, gibt es einen ausführlichen Messtest, in dem ich auch meine WLAN-Messmethoden viel ausführlicher beschrieben habe. Vorsicht, das Video hat eine Stunde und 22 Minuten. Außerdem gibt es ein Video, in dem ich die Vorteile von LAN-Brücken hinter FRITZ!Boxen erkläre. Am Beispiel eines FRITZ!Repeaters 6000, hinter einer FRITZ!Box 6660 Cable. Die Tipps und Anleitungen lassen sich aber auch auf andere Repeater und WLAN-Router übertragen. LAN-Brücken laufen in der Regel viel stabiler als WLAN-Brücken. Falls irgend möglich, legt ein LAN-Kabel vom WLAN-Router zum WLAN-Repeater. WLAN-Mesh-Brücken sind nur eine Notlösung. Ein Kompromiss, wenn man halt KEINE LAN-Kabel verlegen kann oder will. Das war's für heute. Falls etwas Brauchbares in diesem Video dabei war, freue ich mich über Daumen hoch oder Abo meines Kanals. Konstruktive Kommentare, Meinungen und Fragen bitte gerne direkt unter das Video. Ich reagiere so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal!